So wie du bist, so wie du bist, so wie du bist, und die anderen sind es nicht, du bist perfekt, so wie du bist, einzigartig, bleib wie du bist. Hallo meine Lieben, ich meine Wasblog ist da und ich habe mir gedacht, ich verstehe jetzt ein paar Begriffe nicht, die was auf meinem Kanal so herumschirren oder die ich zeitweise raushaue, deswegen machen wir heute ein Insider Video, ja, ok, Schatz, ich habe ein cooles Label, Sterdi, ha, ich liebe es. So, also, Insider, was ist Insider? Ok, Kedo von KedoTV hat mich gefragt, Horrorpur? Was hat das damit auf sich? Ja, wer meine Videos verfolgt, wird auch die Begriffe auch hören, oder vielleicht auch öfter hören. Denn, Horrorpur hat mich eine Dame bezeichnet, weil man mich sich nicht geben kann, weil ich einfach nur Horrorpur bin. Und ja, keine Ahnung, Horrorpur, also ich als Ganzer bin Horrorpur, weil man kann sich nicht geben. Das ist Insider 1. Motivationslose Palatschinke, also Motivations... Eine Motivation wie von einer Palatschinke, das ist der richtige Satz. Damit wurde ich in Facebook so genannt, also meine Videos, sie kommen motivationslos rüber, sie kommen Fahrt rüber, sie kommen whatever rüber. Und deswegen ist das halt zeitweise auch der Gag, wenn Leute schreiben, ich bin wie eine motivationslose Palatschinke. Und ja, dazu gibt es aber noch etwas Lustiges. Ich habe jetzt ein Spielerteam, also Team, ja, kann man schon sagen, ein Spielerteam gegründet mit der Iro. Wir zwei spielen WoW von Level 1 auf 110. Und da ist uns in den Sinn gekommen, dass wir ein Team gründen, ich und sie, und uns einen Teamnamen suchen. Das heißt, wir heißen Motivationslose Lutscher. So, Motivationsloser, also Motivation, kommt von Motivationslose Palatschinken, ja. Und Lutscher, darauf müsst ihr selber kommen, warum wir sich so genannt haben. Und ja, dieser Name ist einfach nur provokant, beziehungsweise lustig für uns zwei, weil wir wissen ja, warum wir sich so genannt haben. Unten in der Infobox steht dann auch unser Discord-Channel für Spieler, die was mit uns spielen wollen. Oder auch nicht, kann man ja nehmen, wie man will. Und ja, die ersten zwei Videos, was kommen, die sind extrem lang. Zwei Stunden, weil wir herumgespielt haben, wegen dem Ton und wegen der Einstellung. Und ja, ab Video 5 so, ab Video 5 ist dann so halbstundenmäßig, weil anders geht es gar nicht. Und ja, das waren die Insider, die aktuellsten, vielleicht kommen ja noch mehr. Und das bekommt ihr dann bald zu sehen. Am 24.04. kommt das erste Video von den Motivationslosen Lutscher online. Tschüss! So wie du bist, so wie du bist, so wie du bist, und die anderen sind es nicht. Du bist perfekt, so wie du bist einzigartig. So wie du bist, so wie du bist, so wie du bist, deine Zeit, ja sie kommt gewiss.